Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Mining Session beziehungsweise zu den zwei Meineren. Ein Meiner ist Hork und mein Namens. Ich bin Porsche Crafter und du hast leider geleckt, aber ich hoffe man hat es trotzdem verstanden. So wir sind hier am Ende nach der überlangen Folge hier am Lavasee. Hier sind ja oft Rohstoffe und ich mache jetzt einfach mal hier ein bisschen Opsidest. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. So wo bist du jetzt hin? Ich connecte meine Leute, damit ich vielleicht nicht eine Chance habe die ich zu sehen. So was haben wir denn hier schönes. Auf jeden Fall. So und den habe ich jetzt extra explodieren lassen bevor wir jetzt nachher aus und rückwärts in die Lava. Alter, das glaubst du mir gar nicht was da gerade war. Alter Finne. Und was? Da waren mindestens drei Skelette, zwei Kripo und vier Zombies. Auf einem Fleck. Oh. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg. Oh. Oh. Und scheiß meinen Mampfen über. Uah. Nicht in die Lava. Ähm. Und ich habe verdammt. Ich habe nur noch sechs Fackeln. Jetzt fünf. Alter. Noch drei. Und gut. Hier ist das Ende der Höhle und ich brauche unbedingt was zu mampfen. Du nimmst den Kies nicht mit. Ja. Wenn ich jetzt allen Kies mitgenommen hätte, hätten wir jetzt bestimmt schon zehn Doppel drin Oh. Dann nehme ich ihn nicht mit. Haha. Okay. Du nimmst den Rest nicht mit. Obwohl ich farme gerade nicht hier Pole, weil ich recht alt mache. Also wenn wir ja schon welche haben. So. Weil ich brauche Fackeln. Weil ich habe keinen Holz. Das heißt, du bist jetzt hier irgendwo unter mir. Nein. Ich sehe den. Okay. Dann mache ich manchmal hier. Zweier Schritten. Langsam runter. Hast du Holz bei, zufällig? Nein. Du hast übrigens alles nicht übersehen auf deinem Weg. Oh. Ja. Jetzt kommt immer mal ein bisschen kurz vor. Äh. Ich kurz vor. Manchmal vor. Jetzt bin ich irgendwo neben dir. Echt? Genau. Hier. So. Ah. Bist du wieder. Hast du noch? Ach komm. Ich habe die Rottenfleisch. Hier. Ah. Danke. Wackeln. Und? Ja. Rottenfleisch tut es auch. Ja. Ja. Okay. Uh. Verdammt. Meine Schwitzergäste. Ach. Komm mal bitte mit Potioncrafter. Also Nils. Komm mal bitte mit. Nils. Kann ich machen. Oh. Mach dich. Geh ich mal. Obwohl wir sind eigentlich die ganze Zeit in der Hohle. Dann mach ich jetzt mal hier die äh. Blender Dissens of Short in der Hoffnung. Äh. Oh. Hallo. Creeper. Komm mal mit. Dann zeig ich dir die ganze Anhoffung an äh. Creepern da. Ja. Creepern sind irgendwie extrem viele. So. Was ist hier? Pass auf. So. Wenn du hier hin gehst. Komm die alle. Oh. Und Skelett. Schade. Alter. Ich mach erstmal hier den Spot zu. Ja mach ich grad schon. Junge. Eck mit dir. Hier wart so viele. Ipa. Das glaubst du mir gar nicht. Alter. Ich muss mal hier den. Äh. Ich laber den äh. Wasserspot verstopfen. Das ist ja schon. Oh Gott. Hier ist. Und Slime. Slimey. 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 Oh schon wieder zwei Slimebälle. Wie geil. Wir haben in der Aufnahmesession schon. vier Slimeboys. Ach du weh. Geh mir den. Schon wieder ne Schlucht ey. Hier ist auch überall Eisen. Also nicht das du denkst. Ich vergesse ja die ganze. Warte ich nehme am besten dafür mal hier. Die Spielzacke. Hallo. Jetzt wieder ewig mit der Schade. Hier voll Pfosten. Ja genau. Hört schön an. Hört schön an. Hört schön an. Hört schön an. Boom. Beide. Und mitgenommen. So ist es. Sind wir jetzt wieder im Anschluss hier an unsere Schlucht. An unsere normale. Ne. Wir sind in der komplett neue Schlucht. Ah ja. Vielleicht. Vielleicht haben wir hier Glück. Ach. Ich hab doch Essen. Ich orte mittlerweile. Was mir hat gegeben. Hab ich ganz vergessen. Ach. Kieks ey. Es gibt ordentlich Verstopfung. Boom. So. Weg damit. Weg damit. Oh. Ich muss faggen hinter. Alter Sprede. Oh. Ich muss faggen hinter. Oh. So. Du bist neben dir. Ich dachte. Sie sind. Bomben. Upsah. War ich ja auch nicht. Oh. Kieper. Okay. Hier ist. Äh. Nichts mehr. Also hier ist Schluss. Guck mal nach Eisen. Und nach oben an den Wänden. Ach so. Ja ich weiß das ist ganz viel. Äh hab ich ja auch schon gesagt. Aber. Ich mach jetzt grad hier noch ein bisschen Gravel. Obwohl. Komm. Mach du das Eis. Dann mach ich das Gravel. Den Gravel. Hm. Okay. Hast du eigentlich nur ein Eisenschwer? Ja. Okay. Weil ich hab irgendwie zwei im Inventar. Fällt mir grad so auf. Schaufel ich ab hier. So. So. Aber echt. Problem ist. Ich hab keine. Äh. Keine Spitzhacke gleich mehr. Also keine Eisen mehr. Oh. Zweit geht der Kreis. Ich soll vielleicht gerne Blöcke unter mir abbauen. Echt fix. So. Das sollte reichen. Ist halt viel Gravel hier. Das ganze Gravel hier. So. Da. 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 doch darauf die folgenden wochen nicht zum aufnehmen kommen merke ich auch schon ich kann nicht mehr so viel labern von daher würde ich sagen haben wir jetzt noch diese folge und dann das heißt ich kann mir morgen aufnehmen also heute ist für alle die es wissen wollen samstag der 15 dann könnt ihr sehen wann die folge rauskommt also ich versuche immer weil wir keine partner ich habe mir was an die noch nicht weil ich nicht mehr als partner features mit später veröffentlichen haben versuche ich jeden tag eine zu veröffentlichen also ich lade niemanden vor was hoch muss dann immer entsprechend am jeweiligen tag auf veröffentlichen klicken jetzt hat es eine woche lang recht gut geklappt also jeden tag eine folge wir haben jetzt eigentlich immer ganz am anfang kam singleplayer eigentlich die ganze zeit multiplayer ich bin und ich bin tot ich bin tot und ja dann kam jetzt in diesem fall also am tag der aufnahme gestern heute am tag der aufnahme heute der erste dann schon ein apart also für alle die den noch nicht gesehen haben und sehen wollen eventuell können ja auf dem kanal vorbeischauen ja alle für die die nerviges tastaturklicken und sowas nicht leiden können würde ich nicht empfehlen aber es ist eigentlich ausfüllen also und so wie sie nicht alleine es ist nun und ein spechern das war wer es ist sagen wir mal nicht das können werden sehen so Prozent bringt es ja nicht was sich hier lang zu übrigen nicht ähnlich das ist was kommt kurz gelingt und bin ich denke der Quatsch wo bist du ein ich bin hier an dem Lava und Wassersport hier also Wasserfall oder Lava Fall die nebeneinander sind wenn ihr das irgendetwas sagt ja weil ich bin jetzt weitergegangen und wollte da die Minen äh die Hülle aus Ok Upsi Höhlen gut ahja genau hier weiß noch wo macht er hier mach ich mal die Lava zu das hier entferne ich Ok und ich muss heute Abend auch noch was aufnehmen och ne was denn aufnehmen das Bucket Server Tutorial Achso ja wenn du keinen Bock zu hast dann würd ich es auch jetzt machen Nein ich muss das ja machen Aber äh wir wissen ja immer noch nicht was da jetzt der Fehler dran war oder wie denkt man die Böse da ist doch die Internetseite da durfte ich das ist ähm nicht erlaubt gewesen ist und durfte ich gar nicht Achso ja bist du dir sicher oder ist das nur eine Vermutung ich hab meinen Vater gefragt und ich hab ja natürlich gesagt ja ok ok äh äh lol ok ich weiß nicht ob das jetzt gerade oder ob meine Tastatur jetzt also meine Bluetooth Tastatur jetzt mehr oder weniger leer ist oder ob das jetzt wieder ein Minecraft Lake war ich glaube eher das zweite äh weil irgendwie bin ich gerade nach vorne am Maximilian beim Mampfen hab nix gedrückt Warte mach ich jemand ich habe übrigens kreisen jetzt im Moment gerade im Inventar Roßeisen oder verarbeitetes Eisen Roßeisen also gleichzeitig auch verarbeitetes Eisen weil so viel so viel Kohle ist dabei Also nicht eisenerd sondern eisenbarem eisenerd Achso verdammt ja ich hab äh 59 Grad Naja ich habe dafür auch noch 64 Kohle also ja Kohle habe ich nur 31 und die Hälfte ähm Upsa so sollen wir denn uns langsam mal jetzt hier so fünf Minuten verändern ihr auch da wieder ausbegeben zumindest Richtung Ausgang damit wir mal in der Welt noch hier ähm die restlichen Gänge die jetzt in der Prozent die noch gar nicht Kübra weißt du denn zufällig noch wo es Richtung Base ging ja oh 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 das ist hier du weißt doch was sind wir da meine ich gucke hier noch mal eben ich gucke oh hier haben wir Gold schon mal was wäre ah nee damit geht das nicht okay nur ein Dings dann abtauschen hier jetzt abfüß ich hab Leder labfüß geputten dann dann können wir ein bisschen Wolle färben oder türkis oder sowas machen und so weiter schön bunte Farben für ordentlich Teppich die wir dann mal in unser Haus einbringen können und hier ist noch ordentlich viel Eisen das ist natürlich gut dann geht es hier noch weiter noch ordentlich alter die Lava die braucht immer so ewig ehe die mal ausgeht hier und das ist durch dass sie nicht so wie Wasser ist hast du keinen Eimer Wasser dabei du sagst es oh ich habe einen Enderman ein Enderman ja ich kann ja meine Kopfhörer nicht äh äh meinen Sound ja noch sonst würde er in der Aufnahme kommen ja das stimmt ja ich habe einen Enderman gefunden auch zu gehen kriegst du ein Blatt oder soll ich der helfen nö ist die Enderperle so ein Keks essen Keks essen komm dann verballe ich meine restliche Schau oh ich habe noch mit äh Krabbel wenn wir schon hier bei sind und gerade im Akkab ach dann nutze ich das jetzt auch einfach ja alter hier ist so viel Krabbel und wir haben ja in der Base noch ordentlich was nö so wir sind jetzt bei ungefähr 13 Minuten von daher bin ich überhaupt so jetzt ist es platt ähm so von daher wird nein 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 jetzt wäre ich beinahe noch vom Kröffel erschlagen worden ähm würde ich bumm würde ich mal sagen äh wir geben uns so langsam mal Richtung aus hier geht nicht mehr hier da oben ich habe keinen Fakkel mehr gehabt deswegen aber oh ja habe ich auch gesehen so ja stimmt die hatte ich ja eben jetzt wäre hier und jetzt haben wir auch gleich mal ein zweit Fakten gehen ich habe auch nicht mehr viel aber ich kann in der Siegholz alter sind die vielemarschungsreie in Schmiedal und was wir sagen immer damit hoch 1 2 3 4 und ich hab's auch gesehen aber ganz wichtig ist und hier ist so auch immer klären die liebsten es sind so viele alten erz wir mussten mannischen er so gedacht und die nächsten paar und das letzten doch nur um uns nicht mehr gesorgt machen um wohl hier ist nach machte ich schieb wieder durch alter einigen problemchen wegen aber um lieber und hier so viele rohstoffen so viele möglichkeiten zu wenig wackeln zu wenig essen und so weiter wochen spinnen so wo ist vielleicht von kümmer so um eisen brauchen wir uns keine socken mehr brauchen worum eisen joa eisen allgemein ich hab jetzt wartet ich hab jetzt auch ein bisschen was liegen dass das war jetzt so umständlich daran zu machen 1 deck und 15 also eisenherz ich habe 1 und 340 so komm stelle ich ihm hier hin und ich warte dann noch ohne skin das ist schrecklich so kommst du dann machen wir hier abschließt abschluss dringendsten ein gut wird er mit ihr euch ich wundere werden uns Prozent am Ende dieser Aufnahme Session erneut aufs Krim und sieben wird zum auch auf dem Haus gegeben ja okay also das ist jetzt im Prinzip nichts interessantes mehr also um die GDH auch kommt jetzt doch nicht und ich bin immer noch muss kommen doch immer noch nicht das war mit noch ein bisschen Kohle einsamen damit wir das ganze auch nachher brennen können ich komme ich komme ich komme ich bleibe ich ich halte mich so schnell ich kann hu 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 ich komme ich komme ich komme ich komme und hier ist es auch noch interessant ach komm das machen wir jetzt nicht mehr wir versuchen dann bei der nächsten Mining Tour mal ein bisschen interessanteres zu machen also wie zum Beispiel Minchacht finden oder so hoffentlich nicht verlaufen und die haben wir einen sich komisch bewegenden Troll sag ich jetzt mal und ja damit verabschieden wir uns auch muss aufs Klo Hork muss aufs Klo okay ja dann wollen wir jetzt ihn nicht bei seinem Geschäft stören von daher bis dann und Ciao so da sind wir noch mal ganz kurz und zwar haben wir was beim rausgehen entdeckt beziehungsweise unser lieber Hork das war jetzt wirklich kein gecheate und zwar da Diamanten genau darf ich sie auch noch einige äh hast du ne Eisener ich würde mich erstmal da drunter um zu gucken ob hier noch irgendwo ist oh hier sind jetzt noch viel mehr wie geil 1 2 3 4 5 6 7 ich habe ich habe alle bekommen wie geil so okay das war es in diesem kleinen Anhang ja und dann damit würde ich sagen können wir uns ja dann auch äh ja die Erspielzacken machen wo wir dann beim nächsten mal zum Beispiel ob sie abbauen können und in den never gehen können und was wir da alles finden und wie auch immer das erfahrt ihr dann beim nächsten mal jetzt auch endlich endgültig tschüss und ja bis dann ciao und